Das Nirvana. Du kennst es sicher von den buddhistischen Traditionen, von den Erzählungen, dass es so diesen Erleuchtungszustand gibt. Aber die Buddhisten haben erfahren, wenn man in der Erleuchtung ist und noch weiter geht, also jenseits der Erleuchtung, gibt es einen anderen Zustand, sie nennen ihn den Zustand des Nirvana. Das ist ein Zustand, wo du in die Einheit kommst, wo Raum und Zeit sich verschmilzt, also wo sich die Unendlichkeit auf sich selbst faltet und dann das Auge wird. Es gibt auch ein tolles Buch von Dr. David Hawkins, das nennt sich das Auge des Ich oder das Ich des Auge, wo man realisiert, dass es ein Bewusstsein gibt, dass dieses eine Bewusstsein durch alle Augen sich selbst ansieht und dass dieses Bewusstsein jenseits der Materie lebt und existiert oder eigentlich genau gesagt in allem existiert. Und der Zustand des Nirvana ist die Realisation, dass du dieses Bewusstsein bist und dass du in diesen Raum kommst, wo Wissen allgegenwärtig ist, wo alles, was geschieht, lediglich eine Konstruktion von dir selbst ist, also ein selbsterschaffener Gedankenprozess, eine selbsterschaffene Fantasie. Und um diesem Zustand näher zu kommen oder für ihn vielleicht sogar zu erleben, gibt es die Frequenz der Void. Der Void ist genau so konzipiert von der Frequenz her, dass er dich, und ich habe einen Teilnehmer schon gehabt, den habe ich das geschickt und dieser Teilnehmer hat er bei der ersten Erfahrung schon diese Erfahrung gemacht, also beim ersten Anhören. Bedeutet nicht, dass es bei dir auch so ist, aber es kann durchaus passieren, wo man auf jeden Fall in einen sehr erweiterten Bewusstseinszustand kommt, wo sich Raum und Zeit bricht und deine Wahrnehmung von wer und was du bist, sich auflöst. Die Frequenz der Void ist eine sehr spezielle Komposition musikalisch gesehen. Sie fängt an mit einer Art Orchester, mit einer epischen Musik, weil die Reise sozusagen geführt ist von dem Mensch, weil es dann auch eine epische Reise ist, die dich dann irgendwo hinführt, raus aus der Materie, raus aus dem Menschsein. Und dann wird das Ganze ein bisschen floppiger, es wird spannender. Das Ganze baut sich auf. Und ab der zweiten Hälfte der Frequenz geht es dann in die meditative Richtung und du kommst dann sozusagen durch das Universum in das Void hinein und die Musik begleitet diesen Prozess. Und das Ganze dauert eine halbe Stunde. Also die ersten zehn Minuten sind dieses Epische und dann kommt dieses, okay, jetzt geht es dann los und dann geht es dann in die Sphären rüber, wo du dann sozusagen in den Void eintreten kannst. Eine sehr, sehr spannende Frequenz. Musikalisch finde ich persönlich auch sehr, sehr gut gelungen und das ist auf jeden Fall ein Abenteuer, wie du von meinen anderen Frequenzen schon weißt. Ich habe keine Loops. Bei mir ist alle paar Sekunden passiert etwas Neues in der Frequenz und das Ziel der Frequenz ist immer, dass du ein Abenteuer erlebst, das du immer wieder anhören kannst, weil es so abwechslungsreich ist und idealerweise, dass du dabei auch etwas erlebst. Es ist jetzt auf jeden Fall verfügbar. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich wünsche dir viel Freude und eine wundervolle Reise mit der Void. Atom zurückzugeben. Ich wünsche dir viel Freude und Glück und ein Abenteuer für einen Abenteuerorter22